Ich benutze TK-Safe, weil ich es liebe, alles selbst zu machen. Hiermit kann ich zum Beispiel meine Medikamente erfassen. Dafür brauche ich nur die Verpackung zu scannen und schon weiß ich, wann ich welche genommen habe. Außerdem kann ich mit TK-Safe etwas für meine Vorsorge tun. Termine eintragen, Empfehlungen erhalten und mir meinen Vorsorgestatus anzeigen lassen. Mit TK-Safe kann man eine Menge selber machen. Untertitelung des ZDF, 2020